Wahlen 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 am Eingang der Nasenlöcher des High-By-Piers ermöglichen es ihr, die Zwiebeln zu zwecken. Das Wasser wird durch den Fressrausch aufgewühlt. Wahlen Was ist das? 24 karätige Goldarmaturen, zwei Discos, runde Treppen und ein Mosaik-Smimmingpool. Die Shuttle-Land ist nach wie vor die zweitauffälligste Jagd von Fort Clovis. Es ist eine Schande, dass sich Menschen und Haie so oft als Feinde gegenüberstehen. Das ist eine Schande, eine Schande, eine Schande. Oh, mein Gott! Hey, Captain! Hey, Captain! We're already on their way! I really should get them polarized lenses. She's gotta be somewhere out here. I just tell her, she's not here. She's close. She's real close. I should have brought my fish finder. Let's pack it up. Still und leise endet auch diese Kopfgeldjagd. I'm sorry. I'm not sure if I can. I'm sorry. I'm sorry. Was ist das? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH 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 Applaus I thought this would be easier. Suffocating out today. Can't afford us forever. This is the anti-climatic. The society reacts with terror, but the human being is not able to destroy the natural world. Oh, 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 oh. Ja! 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 Die Überladung mit genverändernden Mutagenen hat der Hai nun einen asymmetrischen Vorteil. Ja! 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 Ja Dem Haiweiten kommt die Zeit davon. Denn die Jäger sind bereits mit ihrem Sprengstoff auf dem Wasser. Der Geduldsfaden ist kurz. Jedes Jahr werden schätzungsweise 100 Millionen Haie getötet. Also wird es bedeutend mehr Tode auf Seite des Menschen geben müssen, um die Sache auszugleichen. Kai hat als Teenager echt gern getaucht. Dieses Museum ist der erste Ort, an den ich ihn nach seiner Zertifizierung hinbufe. Ein Killer unter den Walen. Der Pottwal. Gamm! Drogen! Die Jagd ist vorbei und bei Flamingo Joes wird es zweifelsohne in der Kasse klingeln. Die Jagd ist vorbei und bei Flamingo Joes wird es zweifelsohne. Die Jagd ist vorbei und bei Flamingo Joes wird es zweifelsohne in der Kasse klingeln. Die Jagd ist vorbei und bei Flamingo Joes wird es zweifelsohne in der Kasse klingeln. Die Jagd ist vorbei und bei Flamingo Joes wird es zweifelsohne in der Kasse klingeln. Die Jagd ist vorbei und bei Flamingo Joes wird es zweifelsohne in der Kasse klingeln. Die Luft im Außen riecht eigenartig. Nach mehr Salz und Stickstoffoxiden und einem vernuckenden Duftcocktail in der Kasse klingeln. In guten alten Zeiten wurde mit Potwalöl praktisch die Welt betrieben. Jetzt können wir sie nur aus der Ferne beobachten und davon träumen, den wunderbaren Walrad aus ihren Schädeln zu zapfen. Dann wird sie nur aus der Erwachsen. Das war's für heute. Du kannst mir glauben, dass diese Abwasserleitungen überarbeitet werden müssen. Ich hatte schon Campylobacter enteritis, Kryptosporidiosi, Neptosporose. Ich sag dir, Partner, das ist kein Witz. Das war's für heute. 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 Der Bullenhall kann durch selektive Fütterung größere Maximallgrößen erreichen. Wie, wie, wie? wsp 묶eln. Wie, wie, wie?